Hey Schuss Leute, willkommen zurück zu Let's Play, Hyperdimension, Neptun hier, Rebirth, Zeugs, Drei, ich bin Tessalino5 und wir haben ne, ooooh, wir kriegen die ganzen Charaktere, ooooh, ich bin Hype. Also spielt das meiste jetzt hier? Die DLC-Fälle, oh, das sind sie alle, oh mein Gott, das wird witzig, das wird schön. I don't know what can put it, okay. Dangly. Das Ding ist ja süß. Mr. Manuel, du bist ein Arschloch. Oh nein, ich sagte uns nicht hier, Segata, Sanchiro. Nicht der. Picture, Fotos, okay, du bist auch ein bisschen durchgeknallt. Beep. Oh, warum, wenn ich kann, ich dachte, es könnte nicht so real sein. Ich bin interessiert. Oh, wirklich, nichts weiter, einfach nur, oh, okay. Heute ist es ein Kaffee-Kauf. Was ist das? Ich habe mich nach dem Weg gebracht. Hier ist es... Oh, das ist die Cave, Cave! Du bist, glaube ich... Neptuner? Pippo, das ist richtig! Das ist das... Das ist die Planeten-Tune. Der Hype ist re... Ich wollte gerade sagen! New Memes! Wow! Ich sage es! Ich werde nicht mehr so. Ich werde das Beste. Ich will sie, ich will die, ich helfe. Oh, was ist das? Oh, wo ist das hier? Und das ist... Ich habe... mich zu helfen? Ich habe eine Frau aus�gelegt. Ich habe eine Frau geboren. Ich habe die, dass ich sie nicht wissen. Das ist, was ich weiß. Es ist sicher, dass sie in den Abflügel enthalten wurde. Kuckuckuck! Hat sie wieder ein anderes Design? Das ist Falcom aus dem ersten? Achso. Ich weiß nicht wieso, ich fand ihren Style im zweiten irgendwie schöner. Das ist gut, gut. Ich habe mich nicht nur noch einen Schwenk. Natürlich. Ich habe mich nicht nur noch einen Schwenk. Was? Nein, nein, nein. Ich habe nur noch einen Schwenk. Vielleicht ist es eine Schwenk? Ich weiß nicht. Ich habe keine Schwenk und Geld. Das war ein Schwenk. Das ist ein schönes DLC. 5PB ist auch dabei, nice. Das ist der Nepke-Kionu. Ich habe es wieder einmal die Leute zu kennen. Ich dachte, dass ich es nicht so gut, aber ich habe 5PB-Kionu. Ich habe das nicht so gut, wie ist das? Ich habe das nicht so gut, was ich bin zu sehen? Ich habe das nicht so gut, aber ich habe das nicht so gut. Ich habe das nicht so gut, aber ich habe das nicht so gut. ich habe Ich habe mich nicht verlettern, aber ich habe mich auch immer noch zu wissen, weil ich habe alle von meinem Leben, aber ich habe mich für einen Mann, dass du mich ließ gemacht habe. Aber man kann mich einfach wenn man auf die Stelle auf sich selbst Ich muss mich gerne auf dich an, dass du einen Ort auf der Stage anstattest, und du kannst du deine Freunde dabei sein. Ja, ich glaube, die Stage ist nicht so einfach so einfach so einfach, aber... Ach so. Na ja, ich werde das Problem weiterentwickeln. Ich bin der Angst, dass ich nicht so gut bin. Oh! Vielleicht ist der NEPTURO-SAN? 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 Vielleicht ist der NEPTURO-SAN? Ich bin der NEPTURO-SAN! Ich bin der NEPTURO-SAN. Ich bin der NEPTURO-SAN. Ich bin der NEPTURO-SAN. Wenn man einfach mit einer Sprache zu erklären, dann sind wir mit einer Sprache zusammen mit Händen. Aber... warum sind die Cyber-Connect2-chan? Diese Welt? Ich bin der NEPTURO-SAN. Die Charakter-DLC sind sogar gratis gewesen. Okay, wenn das der Fall ist, ist es echt nice. Das wird nicht stinken. pued Shreit danach, Word als Link und NEPTURO-SAN als Zelda. WTF? Zelda hatte glaube ich noch nie so... äh... Link hatte glaube ich noch nie so große Bubis. Ich bin der NEPTURO-SAN. T십elisch... ha 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 das war aus dem alle woanders es auch das war Siegern Kieck Spockley So viele schon aber alle Oh, Red Oh, ja Die Shipping Queen Sie ist eine Shipping Queen Sie kann sowas Die Shipping Queen Sie sind eine Shipping Queen Sie ist eine Shipping Queen Schreitet zur Tat. Sondern es ist ja bislang jeder woanders hinrennt, jedes Mal. Tekken hebe ich mir auf. Die beiden kommen zuletzt. Auch wenn sie irgendwie aussehen wie die kleinste von allen. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Oh mein... Sie hat sich nicht verändert. Die kleine Schafzunge. Ja, Broccoli ist schon immer so gewesen. Oh, Mages. Sucht sie immer nach Dr. Poppa. Oh, Mages. Fast der halbe Part ist nur hier Unlocking Characters. Oh, Mages. 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 numbers. Oh, okay. How has this Luwans Alexis automatically seen? Ay burada 포 informing her Vamos. Oh okay. Wow. Syris isn't unique, and that's true. You would have to tell of the wire ole. Ich bin ein Kind, und ich bin ein Neutruder. Das ist nicht ein Neutruder. Das ist das, was ich als ich in der Welt gerätst. Ich bin ein Kind, der ich in der Welt begeistert. Es ist ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind. Maabe-chan ist, ihr? BOOM! Was ich mich nicht verletzt? Ich würde mich nicht verletzen, die Leute immer noch ein Kind. Ich würde mich nicht verletzen, was ich nicht verletzen. Aber das wäre es, Ja, doch. Ja, 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 ja. so marvie und checken kommen auf jeden fall ins team aber ich muss halt auch gucken dass es irgendwo passt und checken wie könnte ich dich vergessen die masochistin vom dienst diese frau ist echt laufender liebesbrief an namkos tekken serie Also das ganze DLC basiert darauf, weil Mages schlicht und ergreifend Amok gelaufen ist. So. Party. Euch lasse ich hier. Du wirst ersetzt durch Mages, weil ich brauche einen Fernkämpfer auf jeden Fall. Okay. Ich könnte auch 5 PB nehmen. Die war da auch immer ziemlich gut bei, aber ich müsste einfach einmal komplett die ganzen Werte wahrscheinlich vergleichen. Aber sie ist da echt, sie hatte immer schon gute Magiewerte. Okay. Sie ist ziemlich tanky. Fällt mir mal so auf. Okay. Und dann... Tekken, du kommst hier hin. Ohne Marvie gehe ich auch nicht aus dem Haus. Cave, du bist Backup für Plutia. Und ich glaube, Histi. Ist Histi immer noch so broken? Histi ist mega broken. Jesus Christ. Die ist Level 1. Alter, Histi ist mega broken. Guck dir mal die Magiewerte an. Die hat schon über 1000. 1000. Alter. Da kann Broccoli gegen abstinken. Da kann jeder gegen anstinken. Ab ist Mages. Mages hat 300. Alter, Histi ist ja mal... Nehmen wir einfach die Items weg. Hat sie echt schon wieder diese broken Items? Warte mal. Ja, History Tome. Aber ich kann es ja auch nicht abnehmen. Das hier kann ich ja abnehmen. Und selbst damit geht das nur auf 800 runter. Den Rest kann ich hier aktuell noch nicht wegnehmen. Eieieiei. Du bleibst erstmal hier. Du bist Level 1 und mir ein bisschen... Oh, vorbei. Das ist echt die Equip, aber ich kann es ja noch nicht wegnehmen. Die Verteidigung... Ja, die bricht ein. Ja, but still. Wie solltet sich trotzdem ihre broken Items kommen in den 5 PB dafür? Ich mag euch alle, aber ich muss es ja irgendwie balanced halten. So, ich glaube nicht, dass einer von euch jetzt irgendwas... Mit irgendwas anderem kommt. Ne, haben wir schon fast gedacht. Das ist schön, die ganzen alten Charaktere wieder zu sehen, ey. Und bloß... Speichern. Nicht alles nochmal, bitte. Okay. Okay. あなたの前に散々やらされてたし。それになんとってほら。 おお、ネプちゃん頼もしい。 まだ言ってるの、それ。いい加減聞いてる方が痛いからやめてほしいんだけど。 ちょ、やめてよ。まるで私の脳内設定みたいに言うの。 ネプちゃんを嘘つきみたいに言ったらかわいそうだよ。 あのね、プラネティウヌの女神はあなたでしょ? あ、そうだったー。 だったらそんなことないことわかるでしょ? プラネティウヌはプロルートが作った国で。 そ、その辺のことはよくわかんないけど、ほんとだもん。 こういうこと言うと性格悪いと思われそうだから言わなきゃ。 いいわ。そこまで言うんだったら、当然あなた変身できるのよね。 変身?さ、女神かのことよ。女神だったらできるのよね。 ああ、そっかー。物あるってばー。もっと早く言ってくれればよかったのにー。 ごたくはいいから、ほら。 まあまあ、そう、せかさないでってばー。 そんじゃ、よーくみててよねー。 はい、でも、これが… あなたはあなたはあなたのことが幸いだと思うんだった? あれ?あなたはあなたを変身しているのか? あなたはあなたがわかることができますね。 いやいやいやいや、待って待って待って待って! それはないことこのことができるのだ。 だわからないから、あなたは変身ポートを変えたんだよ。 それはあなたが変身だったのだ。 FUSION! Warum? Warum? Okay, okay, okay. Ich bin ehrlich. 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 Was? 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 Ich bin noch eine Frau. Was? Das ist so buying. Ich bin auch zwei, oder? Ich bin selbst eine Frau. Ich bin eine Frau. Ich bin auch ein Frau. Und ich bin mal wiederum. Was? Oh. Dass ich das für dich soignalte. Oh, das war's. Soll ich mich wieder zurückkehren? Ahhhh! Stop! Stop! Stop, bitte! Ehh? Aber... Warum? Soll ich mich wieder aufhören? Soll ich mich wieder zurückkehren? Du bist nicht! Du bist nicht aufhören! Ehh? Du bist nicht aufhören? Du bist nicht aufhören? Du bist nicht aufhören! Ich werde sogar einen Bruder hatten, oder? Okay, aber... Oh, ja, ich glaube das... Ich weiß nicht, aber... Okay, okay, okay! Hör, ich werde deine Arbeit anziehen, oder? arbeiten. Was denn jetzt noch?